Krüger Optik ist Ihr Fachgeschäft in Bonn mit einer guten Auswahl modischer Brillen. Von der Gleitsichtbrille über Computerbrillen bis zu Kontaktlinsen können wir Sie bestens ausstatten. Wir sind ein Meisterbetrieb mit ausgezeichneter Brillenglasbestimmung und eigener Werkstatt. Bei uns erhalten Sie alle üblichen Serviceleistungen eines Optikers, einschließlich dem Auto- und Bootführerschein-Sehtest. Wir bieten Ihnen stets eine professionelle und kundenorientierte Beratung und halten attraktive Aktionen bereit. Für jeden Fall finden wir ein passendes Brillenglas. Lassen Sie sich ein Angebot bereitstellen.